Leute, ich bin nicht in Ordnung, mich ist Alexander. Hallo, heute Laine Hertz, auf прямem Ephire. Wir sprechen über Adrenalin. Telefon bitte auf 05-11-27-07-4-2. Hallo, Laine Hertz, ich bin Dima. Guten Abend, liebe Freunde von Laine Hertz, heute Abend, Russian for Life, mit Alexander Demen, mit Julia Tarasenkova und mit mir. Wir sprechen heute über Adrenalin. Sie können uns gerne anrufen unter 05-11-27-07-4-2. Ja, между прочим, специально для вас мы подготовили Interview с Bianca. Звони, и ты не пожалеешь. Пока!